Hallo und herzlich willkommen zurück zu YouTubers Live 2. Dieser Herbst, was ist mit diesem Herbst in diesem Spiel los? Es passiert nichts! Ich kann zwar natürlich die Zeit nutzen, um meine Beziehungen zu den einzelnen Charakteren zu stärken, aber jetzt würde ich dann doch gerne mal ein bisschen mehr was anderes machen, wenn es ginge. Was haben wir denn heute schön für Hashtags? Hashtag Theater, Graffiti, Brett Spiele. Komm, ich bin ein bisschen Ludo. Auch bekannt als Mensch ärgere dich nicht. Komm, 51 Worldwide Games. Schalten einfach um auf ein anderes Game. Boxstudio, Laufen, Interview, Fortress Night, Falsches Lächeln, Shooter und Animals Camping. Da ist nix! Da ist nix! Klara braucht ein Foto für eine Promo, habe ich jetzt angenommen. Das einzige, was wir machen können, ist, wir können weiter auf die Suche gehen nach Freunden. Das ist das einzige, was ich hier mache. Ich habe trotzdem schon irgendwie das Gefühl, hier in YouTube, ich will immer New Dog City sagen. Ist das ein Zeichen dafür, dass ich wahnsinnig gerne wieder Mario Odyssey spielen würde? Ist das ein gutes Zeichen? Aber Mario Odyssey, ganz ehrlich, ich habe es schon einmal durchgespielt. Manchmal juckt es mich schon in den Fingern, ob ich es nochmal spielen würde. Aber dann eher sowas wie Zelda Breath of the Wild nochmal. Erstens, noch länger her, dass ich das gespielt habe. Und zweitens... Äh... Und zweitens... Interessiert es mich mehr? Jetzt ist die Frage, habe ich... Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Natürlich, die Aufgabe hat geklappt. Okay, Lafayette ist zufrieden. Danke, Zoffi. Dieses Video wird neue Kunden anlocken. Als Dankeschön gebe ich dir Zugang zu den Tattoos, die ich nur für die Kunden meines Vertrauens aufbewahre. Du findest sie im Katalog am Tretel. Kannst du mir auch Zugang zu der Möglichkeit geben, sie auf meine Haut zu bekommen? Bis jetzt habe ich nämlich noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Oh, ich hatte ganz vergessen. Ich gebe dir auch diesen Bonsai im modernen Blumentopf. Kann ich mir den auch irgendwo hin tätowieren lassen? Warum Bonsai auf die linke Arschbacke? Eine Bonsai-Backe. Cool. Hat nicht jeder. Würde ich mich ein bisschen abheben von der Masse. Das dann live auf Twitch streamen, wie man ein Bonsai-Bäumchen auf die linke Arschbacke tätowieren lässt? Ich glaube nicht, dass das bei den Twitch-Regelungen erlaubt ist, oder? Er wird deinem Haus einen Lafayette-Touch verleihen. Das ist gut, dass wir den gekriegt haben. Das sieht aus wie ein heftig giftiger Pilz. Ähm, Lafayette, für all das Tolle, was du hier geleistet hast, auch im Namen meiner ganzen Familie, möchte ich dir diesen Kuchen überreichen. Ähm, vielleicht können wir da diesen Kuchen tätowieren, wenn es schon nicht auf mich drauf geht. Ja, irgendwo hin müssen die Tattoos doch. So, bist du glücklich? Danke, ich werde es in meinem Hinterzimmer aufbewahren. Du sollst es essen. Und den nicht sonst wo im Hinterzimmer stecken. Gut, ähm, ich gehe noch mal kurz gucken. Einfach nur, um es mal geguckt zu haben. Wir schauen uns das mal an. Wir haben ja jetzt neue Tattoos freigeschalten. Dann wollen wir sie aber auch angucken. Dieses komische Oberkörper-Tattoo, das will ich immer noch haben, aber ich kriege es wahrscheinlich nicht. Warte mal. Sind da jetzt noch andere Tattoos? Hier, warte mal, das Kompass-Kopf-Tattoo. Die kannten wir doch schon alle, oder? Das ist jetzt nichts Neues, oder? Ich glaube, da ist tatsächlich nichts Neues. Aber, hey du, dieser Bereich ist nicht für Kunden. Ähm, ich habe dir gerade einen Gefallen getan. Ich habe dir einen Kuchen geschenkt. Ich wollte doch nur mal wissen, ob du da hinten... besondere Tattoos aufbewahrst, oder so. Okay, der will mich nicht. Der will mich eindeutig nicht. Na gut, das stimmt. Wir müssen unsere Beziehung zu ihm halt offensichtlich noch etwas stärken. So, das nächste, was wir machen können, ist, wir können einen weiteren Gefallen einfordern. Beziehungsweise Gefallen einfordern. Also eine Belohnung abholen bei Kiwis. Äh, Kiwis ist genau eins nach oben. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz hin. Denn da haben wir ja die Quest auch schon abgeschlossen. Ich wollte nur mit der Belohnung auf euch warten. Und warum habe ich gerade gesagt, es ist ganz gut, dass wir das Bonsai-Bäumchen bekommen und dass wir generell Dekorationselemente bekommen? Weil wir haben ja im Rathaus eine Erweiterung für unser Haus beantragt. Und die Erweiterung ist jetzt da. Das heißt, wir können jetzt wirklich anfangen, vernünftig zu dekorieren. Das Einzige, was mich so ein kleines bisschen nervt bei der Geschichte ist, es gibt hier gar keinen richtigen Shop, wo man Möbelstücke kaufen kann, oder? Also ich müsste mal nachschauen. Also richtig Möbelstücke. Hier bei Leadpoint gibt es halt alles Mögliche für den Computer. Bei Geektopia, da gibt es vielleicht das ein oder andere Stück, was man irgendwo hier zum Beispiel so eine Rüstung oder sowas, die kann man sich halt irgendwo hinstellen. Hier Spraydosen. Hier sind ein paar kleine, hier Eiffelturmenteilen, ein paar kleine Dekorationsgegenstände und hier ganz viele Comics. Aber das richtige Zeug hier, Slater Surf, Player One, Spicy Ren, das sind eher so Sachen, da kannst du Essen kaufen, kannst du Spiele kaufen. Nirgends, hier sind hauptsächlich Klamotten halt, ne? Nirgends kannst du richtige Möbelstücke kaufen. Das nervt mich so ein kleines bisschen. Die Frage ist, kann ich die Möbelstücke, die ich in meinem Haus bereits habe, umstellen? Das müsste ich mir auch nochmal angucken. Vielleicht können wir das ja nachher mal machen. Heute mit Dekorationstag. Ich hatte Gerüchte darüber gehört, wie schrecklich Gianni ist, aber ich dachte nicht, dass sie wahr wären. Bis jetzt! Übrigens, erinnerst du dich, dass ich dir erzählt habe, dass meine Designs für das Videospiel Monster Runway verwendet werden? Hier, ich hoffe, es gefällt dir. Ein Autogramm von Heidi Klum. Oder? Project Runway? Das ist doch die amerikanische Sendung, die Heidi Klum bis vor kurzem noch hatte. Warum weiß ich sowas? Keine Ahnung. Ich gucke Frühstücksfels. Das habe ich doch schon, oder? Ne, habe ich nicht. Monster Runway. Erstelle deine eigenen Monster und deine Outfits. Ich soll Monster anziehen? Präsentiere sie bei der Modenschau und nimm die Monsterlaufstekrode mit nach Hause. Neueste Marktlücke. Da hat noch keiner drüber nachgedacht. Die neueste Marktlücke, Leute. Ein Pokémon-Spiel, bei dem ihr die Pokémon anziehen könnt. Das gibt es schon. Das gibt es tatsächlich schon. Das hatten wir schon mal. Da gab es ein Pokémon-Spiel, wo man Pikachu die ganze Zeit anziehen konnte. Cosplayen konnte. Ich glaube, das war Omega Rubin Alpha Saphir. Da konnte man ein Cosplay-Pikachu machen. Ich weiß nicht, in welcher Hinsicht das noch auf weitere Pokémon umzumünzen gewesen ist. Jetzt gerade mit dem neuesten Pokémon-Spiel. Leuchtende Perle, strahlender Diamant. Da kann man ja tatsächlich auch an so Schönheitswettbewerben teilnehmen. Aber da kannst du die Pokémon ja nicht anziehen. Du kannst sie einfach nur auftreten lassen. Aber inwiefern das Ganze mit... Okay, ich rede mal mit Doktor. Also viel zu viele Leute hier. Aber eben, das würde ich voll abfeiern. Hey, gehst du mal weg? Ich rede hier gerade mit jemandem und hab die Kamera drauf. Hier, iss'n Kuchen, bevor du zu viele Zahlen im Kopf hast. Ja, bitte ich. Ne, aber da konnte man tatsächlich irgendwas machen. Aber ich würde das voll abfeiern. Ein Pokémon-Spiel, wo man jedes einzelne Pokémon komplett individuell gestalten kann. Von Farbe, von Haare, wenn's Haare hat. Ähm, Klamotten und so weiter und so fort. Und dann wirklich auf nem Laufsteg. So ein Pokémon läuft. So ein Glurak läuft über nem Laufsteg. Ich würde's voll abfeiern. Ich würde's volle Kanne abfeiern. Und du? Fox? Ich... Kann ich dich mal anziehen? Du bist ja ähnlich wie ein Pokémon, oder? Siehst ähnlich... So ähnlich aus. Ja, hier, bitteschön. Ach, diese Woche geht das nicht mehr. Ja, egal. Vielleicht will der eins. Wir müssen jetzt kurz ins Rathaus gehen und eine... Lucy... Ein Lucy-Paket abschicken für ihre Mutter. Das haben wir nämlich letztes Mal noch vergessen. Du wirst es nicht glauben. Ich werde endlich meine Designs auf der Modenschau präsentieren. Ja, kannst du auch ein Pokémon einkleiden? Dann würde ich mir die Modenschau angucken. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert's mich ein Scheiß. Wie hast du das geschafft? Dank A4. Ja, dieses Mädchen kennt viele Leute. Komm, iss'n Kuchen. Ist das für mich? Ja, du brauchst doch gute Stärkung, bevor du dann deine Modenschau hast. So, ab ins Rathaus. Die Frage ist nur, wo mach ich das? Muss ich das bei der Bürgermeisterin abgeben, das Paket? Wartet mal ganz kurz. Ich schau mal ganz kurz, wie die Quest nochmal hieß. Hier. Bringe den Holzbutter... Den Holzbutterdose zum Rathaus und gib ihm Bürgermeisterin, um ihn per Post zu verschicken. Das sind doch mal wirklich die Bürgermeister, die man liebt, oder? Sie ist nicht nur mit dem Regieren dieser Stadt verantwortlich. Nein, sie nimmt auch Postbestellungen an. Sie arbeitet auch nebenbei noch in der Post. Das ist bei Politikern immer so. Angela Merkel arbeitet übrigens nebenher auch noch als Putzfrau im Kanzleramt. Ja, die wischt da die Bödenfeucht durch. Für die Toiletten ist sie nicht zuständig. Dafür ist dann der Herr Merz zuständig. Den hat sie daran... Weil sie ist ja Chefin hier von CDU gewesen, bis vor kurzem noch. Und hat dann die Leute unter sich und hat gesagt, nee, also Toilette, das geht gar nicht. Ich bin Bundeskanzlerin, da steckt man seine Hand nicht in die Toiletten anderer Leute. Und einfach nur, weil sie halt auch viele Hände schütten muss. Stell dir mal vor, sie putzt das Klo und dann geht sie zu einem nächsten Politiker. Und dann, ne? Corona ist ein Scheiß dagegen, weißt du? Fäkalienbakterien sind noch viel schlimmer. Deswegen kann sie die Toilette nicht putzen. Sie hätte es gemacht, sie wäre sich nicht zu fein gewesen, aber dann hat sie es an den März abgegeben, weil sie gedacht hat, gut, jemand anderes war gar nicht da und der putzt jetzt die Toilette. Ja, und sie hier, unsere Bürgermeisterin, ist offensichtlich auch für Briefe zuständig. Ja. Damit man sich komplett einbringen kann in der Gesellschaft, ne? Nicht nur Politiker, sondern auch wirklich sich die Hände schmutzig machen. Das wollen wir sehen in Deutschland. Nerv Lorenzo nicht damit, ich gebe es ihr und sie bringt es zur Post. Lorenzo? Sie? Habt's gerade gehört? Bum, bum, bum. Kommen Holzbutterdosen wieder in Mode? Ich wusste, dass sich Modetrends immer wiederholen, aber selbst dann? Ne, ist ja mal so. Ne Butterdose habe ich sowieso generell nicht und dann auch noch aus Holz. Die kann man ja nicht in die Geschirrspülmaschine stecken. Man muss sie ja alle mal von Hand waschen. Achso, ja, äh, unterirdischen Baupläne, da kann ich leider immer noch nicht viel, viel dran machen. Das muss ein bisschen warten. Aber zumindest habe ich mal das gemacht. Jetzt würde ich aber trotzdem noch wissen, kann ich mein Haus übrigens noch weiter ausbauen? Für 250? Ich kann es sogar noch weiter ausbauen, Leute. Alter! Oh, ich knall hab. Ich hab fast mein gesamtes Geld jetzt ausgegeben in meine Hauserweiterung, aber warum denn nicht? Warum denn nicht? Wir haben zwar nicht genügend Materialien, die wir benutzen können, um unser Haus zu dekorieren, aber in jedes Zimmer ein Poster und fertig ist das Ding. Das ist schon ein bisschen traurig, ich weiß, aber was soll ich machen? Hashtag Theater, was kann ich machen? Video aufnehmen? Warte mal, gibt's eine Aufgabe für mich mit Hashtag Theater? Nee, oder? Nee, Animals Camping, Lukas Mansion und Boxstudio. Ah! Ich könnte zum Boxstudio gehen. Das machen wir als nächstes, okay? Gehen wir zum Boxstudio. Toffi ist doch das perfekte Boxenluder. Nein, bin ich nicht. Ich würde wahnsinnig gern wieder ins Fitnessstudio gehen, privat. Mein Sohn bringt eine Erkältung nach der anderen an. Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Weg der Besserung. Also jetzt gerade wieder ist die Erkältung rum. Noch ein bisschen Schleim im Hals. Ich weiß, es ist voll eklig, das jetzt zu sagen, aber es ist tatsächlich so. Noch ein kleines bisschen, der löst sich gerade. Und. Hier so. Mit dem Mobs im Hintergrund. Wieso wird der eigentlich nicht einge... Angezeigt hier beim Hashtag. Muss ich tanzen dazu? Hashtag tanzen ist jetzt auch dabei. Oder Pose. Guck mal, Hashtag tanzen ist immer noch dabei. Obwohl ich schon die Pose auf Pose geändert habe. Auch nicht schlecht, oder? So. Versuchen wir es mal. Hashtag verwirrend. Ja, das Spiel hat doch noch ein paar kleine Bugs, ne? Man merkt es immer wieder. Wie heißt unser Hashtag? Hashtag, guck mal hier, Muschi. Ist immer noch da. Ich habe das einmal eingegeben. Und habe es extra mit Y geschrieben, damit das Spiel mich nicht verurteilt. Und was macht das Spiel? Es zeigt mir immer wieder ein. Guck mal, was du mal eingegeben hast. Das ist doch voll brutal. Hashtag. Hashtag Muschi verfolgt mich. Das ist mit Y. Das ist voll in Ordnung. Ja, aber ich glaube, es gibt keine 20.000 Likes, oder? Doch. Doch. Ja. Ah, Aufgabe erfüllt. Sehr, sehr schön. Gut. Dann geht es wieder nach Hause. Und dann werden wir zu Hause uns um die Dekoration kümmern. Ich will euch noch einen neuen Raum zeigen. Den anderen Raum, den ich jetzt gerade in Auftrag gegeben habe, der wird wahrscheinlich noch nicht da sein. Der kommt wahrscheinlich erst am nächsten Tag. Aber der neue Raum ist da. Und ihr werdet sehen, wir müssen auf jeden Fall was ändern. Hallo? Moose? Wenn du den Fitnessstudio-Mitgliedausweis bekommst und den Zugang zum Club hast, haben wir sicher die Chance, uns besser kennenzulernen. Aber für den Moment verschwinde, Junge. Hey, ich wollte dir gerade was schenken hier. Einen richtig guten, leckeren Milky Way Shake. Den kannst du doch gebrauchen. Viel Eiweiß für die Muckis. Für mich? Ja. Eiweiß für die Muckis. Aber nicht draufschütten, sondern trinken. Weißt du, wie viele Kalorien das hat? Baba May. Der beleidigt mich. Und sie steht schon wieder. Iiiiih! Iiiih, Alter! Das sieht voll eklig aus. Baba May, setz dich wieder hin. Gut, die ist so lange nicht mehr gelaufen. Das sieht jetzt halt einfach absichtlich so aus, ne? Die ist schon so lange nicht mehr gelaufen. So, wir gucken uns jetzt mal kurz unsere Räumlichkeiten an. Guck, das ist jetzt der neue Raum. Der Schreibtisch steht auf jeden Fall im Weg. So, das ist der neue Raum hier mit unserem Kleiderschrank. Die Frage ist, können wir jetzt etwas abarbeiten? Wartet mal ganz kurz. Ne, ich will hier... Nein, wo muss ich hin? Hier, nach links, genau. Also, Möbel hinzufügen. Arbeitsbereiche hinzufügen. Guck mal. Alles klar. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier... ...eine Video-Editing-Board hinzuzufügen. Die Frage ist nur, wieso geht das alles andere nicht? Darf ich alles nur ein einziges Mal haben? Ich meine, klar, ist natürlich logisch, dass man nicht unbedingt mehrere davon braucht. Außer eben dieses Video-Editing-Board. Das ist klar, weil da ist zeitlich begrenzt. Also, wenn ihr jetzt sozusagen ein Video da in Auftrag gebt, dann ist da halt eben erst mal fünf Stunden was am Rendern und am Bearbeiten. Und dann könntet ihr einen weiteren Editing-Board da zupacken, damit ihr ein weiteres Video bearbeiten könnt. Macht ja eigentlich Sinn. Mal abgesehen davon, dass wir aber nicht genügend Geld haben, würde ich sagen, brauchen wir es auch nicht zwangsmäßig. Trotzdem interessiert es mich, kann ich Sachen hier jetzt wegräumen? Guck mal hier, entfernen. Warte. An die Ebene ändern. Auswählen. Und ins Lager. Ah, okay. Das heißt, wir können jetzt wirklich alles hier nehmen und wegräumen. Ich sehe ja jetzt erst, da sind Fenster immer noch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hier ist immer noch ein Fenster. Oder? Ist das ein Fenster? Ins Lager schicken. So. 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 So, der Schreibtisch muss auf jeden Fall erstmal hier. Nach da. Das Poster hängt auch halb in der Luft. Ich finde das eigentlich als Gaming-Bereich hier tatsächlich eigentlich ganz cool. Nur ob es unbedingt Lauren Seasize uns die ganze Zeit da angucken muss. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Auch diesen Bereich würde ich gerne so lassen. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, unser Schlafzimmer, ich denke, wir können unser Schlafzimmer nach oben transportieren, oder? Guck mal, das kann ich... Ah, tatsächlich. Okay. Ich denke, wir können hier unser Schlafzimmer jetzt langsam mal aufbauen. Da unten ist der Gaming-Bereich und oben ist das Schlafzimmer. Wobei es natürlich irgendwann auch mal gerne ein Wohnzimmer werden könnte. Wenn wir denn irgendwann mal Möbelstücke haben, die als Wohnzimmer dienen. Aber tatsächlich muss ich sagen, dekorationsmäßig sieht es in diesem Spiel, glaube ich, echt schlecht aus. Ich habe es ja gerade eben schon erwähnt. Man kriegt halt einfach auch nichts, ne? So. Man kriegt keine wirklichen Möbelstücke in diesem Spiel. Also keine wirklichen Möbelstücke in dem Spiel. Ebene ändern. Hä? Okay, ich muss erst den... Ich nehme den mal ins Lager. Ich wollte das genau... Das wollte ich halt haben. Nach oben packen. So. Genau. Dann hier... Das ist ein bisschen kompliziert. Man muss immer ein bisschen kompliziert denken bei dem Ding. So, die Heizung kommt auf jeden Fall nach oben, damit ich vernünftig gut schlafen kann. So, direkt mit der Hitze. Ne, aber es ist wirklich so. Ich mag es zum Beispiel gerne, wenn es warm ist im Schlafzimmer. Tatsächlich. Viele Leute mögen es, wenn es kalt ist. Ich mag es, wenn es warm ist. Deswegen machen wir hier die Heizung hin, damit ich schön nachts es warm habe. Und ein Fenster, das machen wir auch am besten hier hin, oder? Fenster. Um mehr zu sehen. Genau. Aber warum ist das zu, das Fenster? Das ist die große Frage. Kann ich das eigentlich auch aufmachen? Ne, oder? Ich kann es nicht aufmachen. Traurig. Okay. Joa, sieht doch aber jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Was von den Sachen hier unten könnte ich noch... Guck mal hier, das Surfbrett. Das könnte doch auf jeden Fall in unser Zimmer gehen. Komm. Ich muss interagieren. Ach, ich mache das Licht an und aus. Ich wollte es gerade sagen. Ich kann das Licht an und aus machen. So, ab ins Lager. Hm. Den Goldfisch. Ich habe halt nichts, wo ich die Sachen draufstellen kann. Das ist so wahnsinnig schade. Ich habe echt nichts, wo ich die Sachen draufstellen kann. Das ist total unnütz. So, den Spiegel. Den brauchen wir auf jeden Fall auch, wenn wir halt eben uns anziehen. Eigentlich müssten wir den direkt neben dem Kleiderschrank packen. So. Genau. Hier machen wir den Spiegel hin. Hier können wir uns dann immer wieder angucken. So. Schön, oder? Gut. Ja, der Goldfisch. Ja, der Goldfisch. Keine Ahnung. Ich habe ja keinen Tisch, wo ich es draufstellen kann. Guck mal, wir stellen den Goldfisch direkt unter das Fenster, damit er immer sehen kann, wo er nicht hinkommt. Da sieht er in die Freiheit. Er würde gerne frei sein draußen, aber er darf es nicht. Deswegen, wir geben ihm wenigstens die Möglichkeit rauszugucken. Seine Freunde zu sehen oder sowas. Vielleicht schmeißen wir ihn auch mal ein Handy ins Glas oder sowas. Dann kann er vielleicht auch mal ein paar Freunde anrufen oder so. So, Möbel hinzugefügen aus Tasche. Äh, was anderes habe ich nicht. Ich habe noch das Bäumchen, aber kann ich das auf den Schrank stellen? Auch nicht, siehste. Sollen wir ihm auch noch ein Bäumchen hier nebendran stellen, dem Fisch? Dann hat er so ein bisschen Naturflair. Warum nicht? Gut, aber dann haben wir wenigstens jetzt schon mal ein kleines bisschen, sind wir ein kleines bisschen auf den Gaming Aspekt, äh, auf den Gaming, auf den Dekorations Aspekt eingegangen. Ich persönlich, wenn ich das jetzt hier so gerade getestet habe, muss sagen, in diesem Spiel gibt es einfach zu wenig Möglichkeiten, sich gestalterisch auszutoben. Vor allen Dingen, wenn man das Intro sieht. Ganz am Anfang, wenn man das Spiel startet, sieht man die ganze Zeit eine, eine... Oh, hab ich ins Lager gepackt? Wenn man das Spiel startet, sieht man doch eine, eine Raven, die ganz am Anfang da am Updancen ist, wenn ihr das Spiel startet. Und das sieht so geil aus, so geil dekoriert, diese Räumlichkeit, in der sie da gerade aufnimmt. Und so könnt ihr das aber niemals machen. Ist halt echt so. So. Mhm. Ist Lager rum. Oder zumindest aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass man das so machen kann. Und das finde ich schade. Da gibt das Spiel einem, zeigt einem, äh, das Spiel einem was, was am Ende gar nicht stimmt. Und das finde ich echt extrem schade. So. Das heißt, wir belassen es einfach mal dabei. Ähm, sämtliche andere Sachen, die sich jetzt hier gerade befinden, will ich nicht ins Schlafzimmer packen. Ich finde, das hat keinen Sinn. Ich kann jetzt hier noch, äh, das Einzige, was ich hier noch hinbringen könnte, wäre jetzt, ähm... Wäre jetzt das Surfbrett. Das würde ich gerne noch irgendwie hier reinpacken. Hier so als Deko-Element. Aber ansonsten weiß ich nicht, was ich sonst noch machen soll. Vielleicht kommt ja das andere Zeug noch. Gut. Haben wir es wenigstens ein kleines bisschen umgestaltet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug in den Design-Aspekt von dem Spiel, damit wir das auch mal gemacht haben und gezeigt haben, äh, gefallen. Wenn ja, zeigt es mir noch in Form einer positiven Bewertung. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es hoffentlich wieder Events gibt hier in YouTubers Live 2. Bis demnächst. Tschüss.